Und manchmal in den Workshops passiert mir das auch gerne, dass ich den Pinsel in das Trinkglas, in das Wasserglas von den Teilnehmern tunke. Hallo, willkommen in Berlin. Ich bin Christine Tessen. Ich arbeite hier in Berlin als freie Illustratorin und mein Fokus liegt vorrangig auf botanischen Aquarellen. Meine Liebe zu Blumenaquarellen oder zu Pflanzen allgemein habe ich relativ spät erst entdeckt, dafür aber umso intensiver. Ich gehe zum Beispiel mit meinem Skizzenbuch super gern in den botanischen Garten und mache da so kleine Skizzen. Das finde ich irgendwie ganz schön, sich dann auch mit anderen, zum Beispiel aus der Urban-Sketcher-Szene zu treffen. Und heute möchte ich dir gerne zeigen, wie ich bei solchen Motiven vorgehe. Ich überlege mir ganz genau die Komposition und die Blattaufteilung und wie ich eben diese Wölbungen und Schatten erstelle. Ich habe meistens auch wirklich die Pflanze auch dabei neben mir liegen. Ich arbeite relativ selten mit Fotos und im Vorfeld mache ich mir oft solche Studienblätter. Da nähere ich mich dann einem Motiv, dass ich selber für mich auch erst mal begreife, wie ist so eine komplexe Blüte überhaupt aufgebaut. Da fange ich dann zum Beispiel mit kleinen Knospen an oder mit einzelnen Blättern. Solche Übungsblätter, wenn du als Anfänger jetzt mit solchen Aquarellen starten möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall und möchte dir das auch ans Herz legen. Ich habe jetzt hier so eine Rose schon mal vorbereitet, an der wir gleich weiterarbeiten werden. Wir haben ja hier die Rose schon so ein bisschen beispielhaft liegen. Und ich zeige dir jetzt, wie ich so eine ganze Blüte aufbaue. Dazu benutze ich hier diese Farbe von Aquadrop. Das ist jetzt hier ein sehr kräftiges und leuchtendes Magenta. Deshalb verdünne ich mir das jetzt erstmal mit ein bisschen Wasser. Und mische mir noch einen kleinen Hauch Bernstein dazu. Das macht die Farbe einfach jetzt ein klein wenig gebrochener, dass sie nicht ganz so leuchtend ist. Die kann man vorher schütteln, da ist so eine kleine Kugel drin. Das heißt, auch wenn sich hier unten mal ein paar Pigmente absetzen, kann ich die direkt wieder so miteinander mischen. Und kann mir das jetzt hier so ein bisschen an den Rand reintippen. Das Schöne ist daran, dass es wirklich eine riesige Farbauswahl gibt. Also von allen möglichen Farbtönen bis hin zu einem Deckweiß sogar, kann ich mich hier wirklich komplett austoben. Und kann mir die Farben halt auch für unterwegs mitnehmen, weil die sehr leicht zu dosieren sind. Eben mit dieser Pipette. Mein Bereich, den ich jetzt ausmalen möchte oder kolorieren möchte, der ist im Vorfeld nass. Und dann gebe ich meine Farbe hinzu. Das ist die sogenannte Nass-in-Nass-Technik und tippe mir jetzt die erste Farbe rein. Wichtig dabei ist, dass alle angrenzenden Bildbereiche wirklich trocken sind. Denn sonst würde mir sowas hier passieren, dass ich die Farbe in die Fläche gebe und sie mir in das andere Blütenblatt reinverläuft, wenn das noch nass wäre. So, dass eben keine harte Kante entsteht wie hier, sondern die Pigmente ins Wasser hineinziehen. Hier kann man es ja sehr schön erkennen. Und dadurch, dass ich mir halt hier diese Bleistiftorientierung gemacht habe, weiß ich auch gleich, dass ich diesen kleinen hellen Spot hier stehen lassen möchte. Und hier nochmal ein bisschen Farbe hineingebe. Und momentan sieht dieses Blütenblatt noch ziemlich platt aus, bis auf diese eine kleine weiße Wölbung hier. Das lasse ich jetzt erstmal so, lasse es trocknen. So, dieses Rosenblatt hier, das ist jetzt schon getrocknet. Ich prüfe das meistens mit dem Handrücken, damit ich mir keine Farbe oder Nässe, die ich vielleicht hier an den Fingern habe, drauf tupfe. Auch hier arbeite ich jetzt wieder mit der nächsten Schicht drüber. Das ist das sogenannte Layering. Also ich arbeite in Ebenen. Meine erste Ebene ist das Wasser, was ich draufgebe, dann mit der Farbe arbeite. Und erst, wenn wirklich alles gut getrocknet ist, dann arbeite ich mit der nächsten Ebene und modelliere mir dann eben noch mehr Schatten und Lebendigkeit hier rein. Selbst mit so einem Blauton kann ich hier jetzt reingehen. Und je feiner ich arbeite, desto feiner wird halt auch meine Linie. Und wenn ich mir die wieder ein bisschen verwasche, dann habe ich hier jetzt schon eine richtig interessante Färbung. Also ich zeige das nochmal an der Originalrose. Wenn wir da mal schauen, wie dunkel das wirklich hier am Rand auch ist. Nur dadurch ergibt sich wirklich dieses Volumen. Und auch das würde ich jetzt wieder trocknen lassen und kann jetzt hier zum Beispiel mit dem Stiel weitermachen. Wenn ich mir Farben anmische, dann nehme ich wirklich auch immer so diesen Paletten-Dreck sozusagen, der hier noch von gestern oder von letzter Woche drin ist. Das kann ich mir, wie gesagt, immer mit ein bisschen Wasser wieder aktivieren. Und wenn ich mir die Farbe reingebe, dann ziehe ich mir immer so ein bisschen was von diesem Blau jetzt hier zum Beispiel rein. Und schaue auf meiner weißen Fläche, wie ungefähr dieser Grünton aussieht. Deshalb arbeite ich zum Beispiel auch mit weißer Keramik, weil das ja so meine Papierfarbe ist. Ich mische mir nicht die Farbe komplett in der Palette an, sondern je nachdem, wo ich jetzt meinen Pinsel eintupfe, ob hier oder da, habe ich halt immer einen changierenden Farbton. Und das hilft mir auch, meine Zeichnung, also mein Motiv, lebendig zu kolorieren. Auch für meinen Stiel hier nehme ich auch immer ein bisschen Farbe, die ich auch in der Blüte verwendet habe. Das mischt sich dann auf dem Papier einfach weg und wird gar nicht mehr so als pink wahrgenommen. Am meisten Dunkelheit gebe ich jetzt hier in diesem Bereich, wo halt diese grünen Blätter und der ganze Blütenkopf auf diesen Stiel draufkommt. Da ist nämlich das meiste Gewicht und egal, ob das jetzt realistisch wirklich so aussieht oder nicht, für mich ist das der Punkt, wo ich am meisten Dunkelheit erschaffen möchte, damit wirklich dieses Gewicht und dieses Andocken der zwei Blumenelemente irgendwie erkennbar wird. Bei diesem Blütenblatt kann man jetzt schon erkennen, dass auch ein weiteres Hilfsmittel, um mir Plastizität zu erstellen, Schatten ist. Und zwar habe ich jetzt dieses grüne Blatt, diesem grünen Blatt habe ich jetzt hier einen Schatten gegeben, der auf mein Rosenblatt fällt. Und genauso ist das auch mit dem Schatten, den jetzt dieser Bereich auf die Unterseite vom Blatt wirft. Und da gehe ich jetzt auch wieder so vor, dass ich auf die trockene Fläche mir hier unter dem Blütenblatt, was ich so rausfällt, ein bisschen Feuchtigkeit gebe. Und ruhig größer als der Bereich, den ich schattieren will, damit die Pigmente jetzt wirklich Platz haben zu laufen. Und setze mir jetzt hier nur an die Kante einen lila Ton oder einen etwas gräulichen Blau Ton. Und das würde ich jetzt auch hier nochmal machen und mir sogar hier noch minimal einen kleinen Schatten setzen, obwohl mein Licht offensichtlich ja mehr von hier kommt. Es ist eher ein bisschen unrealistisch, aber trotzdem hilft es dem Betrachter, das besser lesen zu können, was hier passiert und was voreinander liegt. Das vielleicht auch so ein bisschen als Anreiz für euch, da jetzt nicht zu realistisch zu werden, weil dann macht man sich auch im Kopf so ein bisschen fest und hat dann vielleicht auch mehr Hemmungen vor so einem Motiv. Meine Blüte ist jetzt hier soweit erstmal getrocknet und ich gebe jetzt hier nochmal die letzten Details drauf. Einfach ein bisschen mehr Dunkelheit und Textur nochmal. Was ich auch sehr gerne mache, gerade bei Stielen, dass ich mit einem relativ trockenen Pinsel arbeite. Das heißt, ich nehme mir Farbe auf und wenn ich jetzt eine Linie ziehe, dann wird die Linie irgendwann rissig, wenn der Pinsel halt nicht mehr genügend Farbe hat. Und wenn meine Fläche trocken ist, dann kann ich halt genau damit spielen, dass ich mir vielleicht das auf einem Extrablatt erstmal abtupfe und dann eben mir hier so, ich mache es mal hier, so Texturen drüber lege. Das ist jetzt bei einem Rosenstiel vielleicht nicht unbedingt nötig, aber wenn ich jetzt einen Ast oder eine Kirschblüte oder eine Apfelblüte zum Beispiel male, dann nutze ich diese Technik sehr gerne. Also einfach mit einem Pinsel, der dann irgendwann trocken gemalt ist. Dadurch entstehen diese Risse. Ja, ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht und du hast viele hilfreiche Tipps davon mitbekommen und wirst das jetzt auf jeden Fall mal selber ausprobieren. Ich bin gespannt, was da so alles bei dir auf dem Papier entsteht. Ich bin gespannt, was da so alles bei dir auf dem Papier entsteht. Ich bin gespannt, was da so alles bei dir auf dem Papier protein향 gera appointment. Genau, das hat per FDP探 Indexellt. Ich bin gespannt, was da so Everybody... Ich bin gespannt, was da so alles bei dir auf dem Papier entsteht. Vielen Dank.